Wer selber schon seit längerer Zeit einen Blog betreibt, hat sich vermutlich schon mal Gedanken gemacht über die Lebensdauer und die Aktualität seiner Inhalte. Oft ist es ja so, man schreibt einen Artikel und drei Jahre später wird er noch immer super gut in den Google-Suchergebnissen gefunden, obwohl die Inhalte vielleicht gar nicht mehr ganz aktuell sind. Es hängt natürlich stark vom Thema ab, Rezepte haben eine wesentlich längere Lebensdauer als tagesaktuelle Nachrichten. Im Deckbereich sind Innovationszyklen auch relativ schnell. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Artikel darüber geschrieben, wie man am besten Social Media Sharing Buttons in WordPress-Seiten einbaut. Da hat sich sehr viel geändert, sowohl technisch auf Seiten der Netzwerke als auch von den rechtlichen Vorgaben her, Stichwort DSGVO. Der Artikel ist aber nach wie vor sehr gut gerankt, also gehe ich natürlich her und überarbeite den immer wieder mal, wenn es etwas Neues gibt, wenn es neue Infos gibt. Und wenn man das tut, dann macht es natürlich auch hochgradig Sinn, diese Überarbeitung an die Leser zu kommunizieren, damit die auch wissen, der Artikel ist vielleicht zwar vier Jahren geschrieben worden, aber inhaltlich immer noch aktuell. Das könnte man natürlich manuell machen, indem man beispielsweise einen aktualisiert am Hinweis einfügt oder Sie verwenden UpToDate. Mein neues Plugin macht nämlich genau das vollautomatisch für Sie. UpToDate überprüft, ob das Veröffentlichungsdatum eines Artikels und das letzte Aktualisierungsdatum mehr als 24 Stunden auseinander liegen. Wenn ja, dann fügt das Plugin eine Infobox ein am Anfang des Contents, also eben zwischen der Überschrift des Artikels und zwischen dem ersten Absatz und in dieser Infobox steht, wann, in welchem Datum und in welchem Zeitpunkt dieser Artikel zum letzten Mal aktualisiert wurde. Das funktioniert ganz automatisch. Sie müssen das Plugin nur installieren und aktivieren. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Wir sind hier auf der Seite datenschmutznet slash uptodate minus Plugin. Von hier laden wir die ZIP-Datei herunter, speichern die bei uns lokal auf der Festplatte. Und ich zeige es Ihnen jetzt mal auf DataDirt, auf meinem englischsprachigen Blog. Ich habe hier einen Beitrag, New on DataDirt, Great Reader Comments. Ein älterer Beitrag, der ist vom 21. Juli 2010. Ich logge mich hier ins Backhand ein und gehe auf Plugins, Add New oder hinzufügen auf Deutsch. Lade hier die ZIP-Datei, die wir vorhin heruntergeladen haben, hoch. Muss das Plugin nach dem Upload dann noch aktivieren. Und Sie sehen, uptodate ist nun hier aktiv. Und wenn wir jetzt wieder auf den Beitrag gehen und ich lade den nochmal neu, dann ist gar nichts passiert. Der ist immer noch vom 21. Juli 2010. Wenn ich diesen Beitrag nun editiere, muss man mal das kaputte Bild daraus, man müsste gar nichts ändern, es reicht eigentlich, wenn man speichert. Also wenn man jetzt auf Update klickt, dann gibt WordPress diesen Beitrag ein Update-Datum. Wenn ich ihn jetzt nochmal neu lade, hier das Bildweg und hier sehen Sie, last updated on July 17, 2018 to 48 p.m. Das Ganze ungestylt beziehungsweise im normalen Look des Lauftextes. Das ist vielleicht nicht so optimal. Wenn Sie das anpassen möchten, können Sie Ihre eigenen CSS-Dile hinzufügen. Ich mache das hier einfach mal über die CSS-Box vom Enfold-Theme. Kann man genauso gut ins Child-Theme eintragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich gebe dieser Klasse last updated hier mal eine hässliche, dicke Border und einen gelben Hintergrund. Das können Sie dann hier vollkommen freigestalten, so wie Sie das möchten. Ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Es gibt in der derzeitigen Version noch keine Einstellungen beim Plugin. Ich habe zwar unter Settings up-to-date eine Admin-Seite angelegt, wo es noch einmal eine kurze Doku gibt, wie man die Infobox formatieren kann und eben frei positionieren. Und für kommende Versionen wäre dann geplant, dass man noch eine Checkbox in der Beitragsansicht hat, mit der man die Funktion für einzelne Beiträge deaktivieren kann und die Einstellung des Designs übers Backend. Aber das wird noch ein wenig dauern. Die Infobox lässt sich mit CSS beliebig stylen und denken Sie daran, Leser schätzen aktuelle Informationen und Sie kommunizieren, meine Inhalte sind aktuell. Viel Vergnügen und viel Erfolg mit UpToDate. Und über Rückmeldungen, Feedback und Verbesserungsvorschläge freue ich mich natürlich immer.